Wo auch immer der bayerische Regierungschef derzeit hingeht, Beispiel Oktoberfest, die Grünen sind schon da. Deren Spitzenkandidaten-Duo Katharina Schulze und Ludwig Hartmann zieht mächtig Wähler. Dementsprechend schenkten sich Söder und Hartmann in ihrem aktuellsten Rededuell nichts. Ich höre ganz genau zu, was Sie sagen, aus Respekt, machen Sie es bitte auch. Hätten wir es machen können und da haben Sie hineingekrätscht. Ich will mich da höflich benehmen, meine Frau hat mir gesagt, ich soll da ganz höflich bleiben. Höflich wohlmöglich auch deshalb, weil CSU und Grüne nach der Wahl vielleicht zusammen regieren müssen. In einer neuen Umfrage rutscht die CSU nochmal ab, liegt bei 34 Prozent. Die Grünen festigen sich auf Platz zwei, dahinter AfD, SPD, Freie Wähler und FDP. Die Linke würde aktuell den Einzug verpassen. Ein grüner Koalitionspartner wäre unangenehm, fordert der für Migranten doch zum Beispiel den Spurwechsel. Wenn wir denjenigen, die über das Grundrecht auf Asyl, auf den Schutzstatus keine Möglichkeit haben, anbieten, sich auf dem Arbeitsmarkt zu bewerben und dann zum Beispiel sagen, fünf Jahre gibt es eine Arbeitserlaubnis. Haben wir uns viele Abschiebungen schon mal geschwalt. CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer lehnt das ab. Ebenso die Kanzlerin doch beide erhielten in der Bundestagsfraktion diese Woche mit der Abwahl von Volker Kauder als Fraktionschef einen Schuss vor den Bug. Söder muss in Bayern nun alleine kämpfen und wehrt sich mit aller Kraft. Frau Göring-Eckardt hat zum Beispiel gesagt, jeder Flüchtling ist ein Geschenk. Da gibt es viele tolle Persönlichkeiten, aber beispielsweise jemand wie der Leibwächter von Osama Bin Laden ist kein Geschenk. Bayerns Grüne dagegen müssen in ihrem Wahlkampf nur auf weitere Fehler warten, welche die CSU macht, in Bayern oder in Berlin. 2025 soll es...